Ich dachte eigentlich nur der älteste lebende Kriegsmagier könnte neue Spalte öffnen. Und bist das nicht du? Was genau willst du damit sagen? Wir sind die letzten beiden Kriegsmagier. Und du bist alt. Äh, älter. Als ich. Mhm. Nicht wirklich steinalt oder so. Du siehst immer noch gut aus. Tatsächlich. Sprich nur weiter. Ich glaube, wir verstehen uns. Die Sprüche sind immer so herrlich. Äh, okay. Die Map gehört eigentlich auch zu den etwas, ja, kniffligeren. Geht aber noch, weil die einen relativ weiten Weg haben und hier das Problem haben, dass sie nicht durchkommen. Und sich erstmal freisschlagen müssen durch zwei Schichten Barrikaden. Wird trotzdem nicht einfach, sag ich schon mal so. Im Voraus. Da habe ich natürlich noch diese ganzen Wagen, die ich auch nie benutzt habe. Aber vielleicht brauchen wir sie diesmal. Man weiß es ja nicht. Und wir schauen mal hier rein. Was können wir denn gebrauchen? Das hier nicht so eigentlich. Dann lieber das. Und das eigentlich auch nicht. Wir sollten uns langsam echt mal neue Fallen kaufen. Kann man was in die Decke hängen hier eigentlich? Nee. Nicht möglich. Aber hier in der Mitte, ne? Nee, auch nicht. Schade. Also, Deckenfallen bringen ja auch nichts. Okay. Was ist das hier? Zielsucherkäte. Von kleinen Feind in den Schleudern. Okay. Probieren wir dann nochmal später aus in den Endlosfolgen. Gut. Dann nehmen wir hier diese kleinen Wichte mal. Und ansonsten... Ja. Nee. Das war es eigentlich schon. Gut. Ja. Wir haben hier drei Gänge, wie ihr seht. Was nicht sehr schön ist. Deswegen versuche ich hier, viele abzufangen. Fallen sind ne feine Sache. Damit die gar nicht erst großartig hier runterlaufen können. Na, da haben wir jetzt nicht so sehr die Möglichkeit, hier groß was zu bauen. Machen wir noch eins hin. So. Und die Mitte. Lassen wir erst mal frei. Dann lieber das hier an den Seiten. Ach, hier geht's gar nicht mehr. Shit. Sieh einer an. Gut. Wir müssen probieren. Wir locken die in die Richtung. Kommt her. Genau. Verbrennt. Genau. Immer schon gleich. So. So. Und dann wird das schon auf. Kann man die eigentlich schon benutzen? Ach komm. Wir machen es ja nochmal. Geil. Geil. Lass ich durch? Hm. Alles gut. Sollte man vielleicht nicht schon am Anfang nutzen. Für euch kann man so ein kleiner Rat. Aber ihr werdet es wahrscheinlich selber wissen. Keine für alle. Gehen wir so da hin. Los geht's. Woa. Verdammt. Ja. Das ist ja auch so das Problem. Shit. Ich brauche mal schon ein bisschen. Dass hier irgendwie so abknallt. Ich wollte jetzt gerade diese Bahn mal mitnutzen. Aber die ist schon vorbeigefahren. Alter. Sie sind in der Aushalle. Was? Achso. Gehen wir mal rüber. Ja das ist jetzt alles so enthängig. Was ist denn? Alter. Ach Nadelküssen sind schon auf dem Weg. Wo? Los geht's! Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Irgendwie nicht. Schade. Wie werden wir dann wieder gesucht? Wir sind in der Westhalle! So. Aus denen mache ich Frikassee. 5.700, meine Güte. Das sollte sie langsamer machen. Jetzt können wir hier mal ordentlich was bauen. Ich hoffe es hilft ein bisschen. Vielleicht noch eins hin? Ja. Können wir machen. So. An die Arbeit! Ja und hier gibt es übrigens 8 Wellen. Die sind jetzt gerade bei der Hälfte. Wer nicht gezielt hat und wer auch das Lauer an oben geguckt hat. Greffer Serie! Geh mal Mana. Geh mal höher rum. Das wäre cool so ein Ding ins. Was? Kommt da jetzt mal in 2-Way? Genau. Geil! Aua! Das nächste wird verpasst. Aber dafür gibt es das hier. Boah! Noch geht's! Geh mal höher! 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 Du bist auf den Weg! Na toll! Gar nicht getrocknet ja. Geh mal höher! Du bist so ein bisschen zu leicht mit diesen Granaten! Das ist ein besser! 1, 2, 5... ich könnte nur die öfter benutzen jetzt könnte man es vielleicht wenn wir hier noch alle mitkommen oh das wäre durchgekommen da müssen wir mal nachschauen ist das ein dicker ist? nö ich weiß ganz genau soo herrlich bei mir gibt es keinen Frosch am Baum das ist meine Show und sie wird euch umhauen oh na das war ja einfach gehen wir mal noch schnell hier rüber können wir sowas bauen ja trefferserie oh war es das schon? ah ne oh verdammt ja die sind in der Ostrade nur noch den hier und dann ja die sechste runde Folge würde ich jetzt sagen ist das eigentlich jetzt die sechste? ja das ist auch die sechste Folge geil okay okay wir haben jetzt noch mal Pause hier können wir noch mal schauen dass wir hier bauen können das wäre das nicht verkehrt und wir können mal die Zwerge ausprobieren machen wir hier einfach mal puh wohin können wir mal so einen Zwerg stellen ja davon werden wir den doch gleich umgemutzt dann vielleicht doch lieber hier hinten um hier bauen gehen da hin und vielleicht noch da ein hin so nur einmal hier hier das ist mal eine Menge toter Ox Nächste Runde die Felder sind echt praktisch ich mag das hier ja vorletzte Runde und ihr merkt jetzt auch die folgende Länge wird immer wieder länger ja so eine komische Formulierung aber ihr wisst was ich meine die Folgen werden immer länger so was jetzt geil wäre bei diesen Pilzen hier erinnert euch Ox 2 1 den kann man hier auch kaufen machen wir auch später mal wenn die meisten können hier 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 so hier und damit wird hier wieder aufgeschafft das wird klasse so oh super oh man kann nie genug haben ne so hier wieder auf nächste Welle ganz einfach oder so großartig da kommt jetzt gerade keine Bahn rein oh lief ganz gut jaja irgendwo muss ich mal sagen hat es ein wesentlich schlechtere ja hier wollen sie es noch mal wissen alle aber ihr habt keine Chance freuen wir da erwischt und damit hätten wir das dann auch geschafft jetzt schauen wir noch mal schnell was wir uns kaufen können wie haben wir denn überhaupt ja 9 ok kann man mit leben muss man aber nicht und barrikaden haben wir jetzt dazu bekommen wir schauen uns mal ob wir hier für Fallen holen können irgendwas zusätzlich wäre nicht schlecht da haben wir hier diese Bodenflamme ihr erinnert euch Münzpresse auch ok jetzt der Stampfer und der Rest geht erst später ich würde sagen wenn ich an das nächste Level denke werden die besser die Bodenflamme die nehmen wir jetzt auch mal Ursachen höheren Schaden so passt und wir sehen uns in der nächsten Folge macht gut tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.